Was ist mit dem Mikro? Funktioniert das? Hallo? Hallo? Guten Abend. Hier spricht die Polizei. Wir führen hier in der Diskothek eine Razzia durch. Verhalten Sie sich bitte ruhig. Sie bekommen von den Polizeibeamten gesagt, wie sie sich zu verhalten haben. Bleiben Sie zunächst an Ihren Plätzen. Wie gesagt, das ist eine Personenkontrolle. Die Sache ist uns genauso unangenehm wie Ihnen. Wenn Sie sich den Anweisungen der Polizeibeamten fügen, werden wir die Sache so schnell wie möglich über die Bühne kriegen. Razzia. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 No incitement against underground. Razzia.